Wir sind hier in Fäckirch im Alten Hallenbad und hier geht es mächtig ab beim Maskenmahl des Musikvereins Isingen Wurzverrückt. Und das Motto heute lässt sich schwer erraten, es sind die Piraten. Wir sind einfach nur Wurzverrückt. Eins, zwei, drei. Altes Allembad. Mit zwei Hühnchen und einem Arzt. Hühnchen, warum? Bordverpflegung. Super, einfach genial. Good party. Sensationell. Also es ist echt überraschend, es ist mein erster Putz-Wuchts-Ball da in die Welt gehoben. Also ich bin sehr überrascht, gefällt mir sehr gut. Und das Motto ist ja gut umgesetzt, oder? Also ich war eigentlich sehr überrascht, wie viele den Motto so treu vom Gewand her vollkommen. Bis ein paar Eisbären und so. Aber der Rest war voll okay. Was ist das Besondere am Putz-Wuchts? Alle kommen auf mein Schiff, alle. Da muss man Gzisi, Mann. Als richtiger Gziberger. So viele Piraten auf einem Flex sieht man in Vorarlberg sonst nur im Kino, wenn Fluch der Karibik kommt. Außer hier im Fälkirch beim Putz-Wuchts-Masken-Mann. Auf jeden Fall ist das Fazit, dass es allen gefällt, dass alle noch bleiben und dass alle noch weiter tanzen.